Historische Bauwerke muss man in Trier nicht suchen. Ob Dom, Steipe oder Porta Nigra, die Auswahl ist groß. Im Jugendzentrum Mergener Hof in Trier findet sich zurzeit die größte Dichte an Trierer Bauwerken. Ob nun gemalt, gebastelt oder geklebt, spielt keine Rolle. Sie alle entstanden im Rahmen des Schulprojekts UNSCHIN Trier. Rund 400 Einsendungen kann Initiator Günther Grünewald verzeichnen. Es ist mit Pappmaché gearbeitet worden, es ist mit Ton gearbeitet worden. Hauptsächlich, ich denke mal 80%, 85% sind Malereien. Aber das in allen möglichen Variationen. Es ist auch ein Hochglanzkalender gemacht worden. Die Kinder haben sich richtig was einfallen lassen, natürlich unter Mitwirkung der Lehrer. 400 Werke sind so zusammengekommen. Im Mergener Hof werden sie nun bis zur Preisverleihung am kommenden Sonntag aufbewahrt. Auch Stefan Rother vom Jugendzentrum zeigt sich zufrieden. Ich finde es eine ganz tolle Sache, dass hier vor allen Dingen die Trierer Schulen sich einbringen, dass Schülerinnen und Schüler zu unseren ehrwürdigen Denkmälern und Sehenswürdigkeiten eine solche Vielfalt reingebracht haben in ihre Kunstwerke, in das, was sie gemalt haben, in die Collagen, in die Modelle, dass das einfach nur etwas ist, was wir unterstützen können. Die Künstler von morgen. Günter Grünewald und Stefan Rother haben sie heute schon gefunden.